Jetzt kann es losgehen. Ich bin gespannt, ob wir jetzt was hinkriegen. Sind wir zu dritt, die anderen sind zu viert? Noch besser. Noch besser. Nachladen. Jawohl, jawohl, den Max umgelegt. Jawohl, da haben wir doch ein paar Ungegeln. Guck mal, schön. Jetzt führen wir schon 4-0. Besser geht es gar nicht. Wo sind es hier, die Arschlächer? Boah, von hinten. Ach, shit. Jetzt kam er da außen lang, ich habe ihn nicht gehört. Komm von hinten, Vorsicht. Jetzt kommen sie wieder von allen Seiten. Wie geht das denn so schnell, ey? Wieder drauf geharrt, wie sau, ey. Keiner erwischt. Ich hab zu wenig Leben gehabt. Ja, ich hab zu wenig Leben gehabt. Ja, ich hab noch ein bisschen warten sollen. Ja, ich hab noch ein bisschen warten sollen. Da rennt er, die rennen da zu zweit immer rum. Die müssen zusammenbleiben. Gibt's doch nicht. Boah, ging ganz schnell. Da war die Pumpkan, glaub ich. Das waren die mal... Der war noch am Hochklettern, die Sau. Und das war doch ein Prom, da war ich nicht richtig. Ich hab keine Präger. Es gibt noch einmal. Ich hab einen Präger, eine Päger. Ich hab hier keinen. in der teuer blauen schutzpläste das ist wieder ein gelegt alter magst du wieder von hinten anficken der schleiter wieder irgendwo rum vorne ist er bei dir alter muss ein ganz magazin drauf leeren das gibt es nicht stehe frei da sind wieder zwei habt ihr gesehen ah fuck no Pass auf. Irgendwo da vorne ist er. Sehr gut, sehr gut. Ja, von an beiden Seiten. Von beiden Seiten wieder. Alter, also. Also meine Waffe. Ich bin nicht gar nicht mehr zufrieden mit dem Kampfgewehr. Das kannst du so wegschmeißen, das scheiß Ding. Da hinten ist er wieder. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ah, da. Alter. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Alter. Das ist, Alter, was hat denn der Leben? Boah, ich sporte den nächste, ey. Boah. Boah. Hahaha. Scheiße. Hahaha. Hahaha. Sehr gut. Nein. Aber wo? Da. Ah, knapp. Auch wieder direkt vom Arsch gespawnt. Hahaha. Oh, ich schaue. Oh, ich schaue. hey ah schade mich gerade festgelaufen mich gerade festgelaufen Mist jetzt haben sie sich versteckt die feigen Hunde alter feige Hunde verstecken sich zum Schluss übel aber war gut diesmal war es nicht ganz so eindeutig Eidwitzka mein lieber Schieder aber der eine war gar nicht dabei der cool Maxi King der ist abgehauen zwischendrin mhm hab ich gesehen so was haben wir jetzt hier Licht aus können wir mal machen Frachter hatten wir schon Licht aus fehlt mir noch ein Häkchen aber echt wenig online heute das ist echt krass da müssen wir einfach die Crew denke ich mal noch ein bisschen aufräumen es gibt ja viele die beitreten wollen da werden wir noch ein bisschen Platz schaffen und dann passt das ah hier ist genau 6 hier ist genau 6-6 das ist ja cool nochmal wieder 40 Kills 10 Minuten reicht ja ach Fahrzeug-Deathmatch da bin ich mal gespannt Motocross für Reno Panzer ok ahja in einem Panzer anfühlt Fahrzeug-Deathmatch für Reno Panzer naja cool machen wir mal da machen wir weniger Kills können wir machen wir bloß 15 Kills reicht jeder gegen jeden anscheinend ne ok na dann kanns ja losgehen ich bin mal gespannt jetzt hier mit der Panse oh sogar noch nachts alter gleich wie ich da schießen kann kann ich nicht ah ich stehe ja ganz cool eigentlich mit L L 1 Alter Panzer.de oder was? Boah, ist das frei, Kai? Hahaha Ist ja geil, ist ja geil Geht ja voll die Post ab, ey Ist, ist ein Scheiß eigentlich, aber egal Boah, irgendwie finde ich die Wette viel steuer im Wetter Hä? Der ist direkt auf den Weg hoch Man muss, glaube ich, da wo der Pfeil ist, muss man reindrücken Ich bin auch noch nicht so viel Panzer gefahren, also Hat sich einer selber hochgejagt eben gleich Hohoho Da kommt mal ein Boy Nein, ich schreibe Hä? Hahaha Ja, ich falle genauso viel auf die und Sprechen Oder ist das schlecht oder so? Ich schreibe auch keinen einzigen Jetzt habe ich meinen umgelegt, ich habe meinen umgelegt, ich werde verrückt Bin aber auch schon wieder voll im Arsch, glaube ich Aber Max, Alter, du bist schon wieder der Oberstgill, ich habe auf die Wetten sollen gleich Ich schieße ja schon wieder die ganzen Leute abgehend, das ist krank Boah, ich bin mir schon gerade tot, ey Ey, ich kann nicht Ich muss mich da hinten irgendwo hinpostieren, hier Boah, diese Karte hier ist hier oben Hahaha, hier oben stehe ich gut, wie so eine Flak stehe ich hier oben, aber Ich treffe auch nicht so richtig, glaube ich Ja, wo ist einer? Ich muss halt wissen, wie man trifft da, ne? Ich muss halt wissen, wie man trifft da, ne? Okay Ja, das war eben Headshot, Alter, von 10 Kilometer Entfernung Boah, fahrt auf die Blinderterpanzer Hinter mir, ey Ja Ja Jetzt habe ich's raus Boah, du wirst am Hut Varian Haha, Max von der rechts, oder? Hey extr chiert John fahr, 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 oh shit. Ey, der hat mich jetzt... Hahaha, total crazy. Oh, von hinten kriege ich Besuch, oh fuck. Oh, der fährt nicht. Was ist er denn? Sehen gar nicht, da. Ja, da oben steht der und kennt sich ein. Ja, ne, von hinten, alles saucool, wenn du irgendwo so eine hohe Position hast, hast du echt gewonnen, ey. Kannst von oben alle wegknallen. Hahaha, starke Spielvermacht. Oh, ich steck jetzt nicht mein Panther aus. Genau, hol mal die Panzerfaust raus, gib ihm. Habt keiner. Mein Panther raucht schon. Free kill, free kill, da kommt Nico. Okay. Boah, ich hab die auch nicht. Er zeigt Niederlagen hier mit dem Panther. Ich bin hier voll am Rumspringen, ey. Boah, mir hat der Gold mehr Spaß. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich bin hier voll am Rumspringen, ey. Boah, mir hat der Gold mehr Spaß. Oh, 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 oh. Hey. Ist das ein Fuck. Hast du halt umgelegt, ja? Oh, ich hab Maxi kill. Ist immer gut. Boah. Ist motiviert. Was? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da kommt von hinten schon wieder einer angeschissen. Da war uns gegenseitig hochgejagt, oder? Nee, du nimmst noch! Ich krieg nicht mal den Kiel dafür! Das ist halt geil! Ey, er strengt die Welt, du bist so richtig in den Kiel dafür! Boah, hier gibt es nicht die Kilde eingestellt, du bist 50! Ah! 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 Oh! Da hinten seid ihr, ich snipe euch raus! Ei, 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 Max ist gleich fertig hier! Kommt, ich wird an die Kunstmode! Ja! Tanzen! Jaa! Hat schon... Jaaa! Hahaha! Guck, du klingst! Oh, ich ess dich echt mal! 13, 1, 2, 1... Jaaa! Aber Max hat 14 Kills, Leute, kann nicht sein dass der ja alle wegkloppt! oh sehr schön hier steht noch ein panzer rum der zone ohne führer hier gottes willen